Ja, ich kann nichts genaues sagen, der hat einen Schlag gekriegt aufs Schienmeinköpfchen, das ist eine unangenehme Stelle, das strahlt so ein bisschen aus in die Muskulatur. Ich glaube, ich muss zum Röntgen nochmal zu gucken, ob da irgendwas ist, weil das leicht leider absplittert, aber ich hoffe, dass nichts ist, aber ich kann noch nichts genaues sagen.